Die Kärcher PGS 418. Ein besonderes Highlight dieser Akku-Astsäge ist das hochwertige Sägeblatt Made in Germany, das für optimale Schnittleistung sorgt und dir saubere Schnitte ohne großen Kraftaufwand ermöglicht. Besonders praktisch ist der werkzeuglose Sägeblattwechsel, der dir das Austauschen des Sägeblatts ohne zusätzliches Werkzeug erlaubt. Die lange Laufzeit und die Qualität des Sägeblatts überzeugen auf ganzer Linie und ermöglichen dir präzise Schnitte mit minimalem Aufwand. Der abnehmbare Akkufuß erlaubt es dir, die Säge an einer Teleskopverlängerung zu befestigen, ohne zusätzliches Gewicht hinzuzufügen. Du kannst das Gerät mit allen 18 Volt Kärcher Battery Power Akkus betreiben, was besonders praktisch ist, wenn du bereits andere Geräte von Kärcher besitzt. Der gummierte Handgriff sorgt für hohen Komfort, insbesondere bei längeren Arbeitseinsätzen, da sich das Gerät sicher und bequem halten lässt, ohne dass deine Hände ermüden. Ein weiteres Plus ist der Astbügel, der dir einen sicheren Halt selbst bei einhändigem Schneiden bietet. Dies ist besonders hilfreich beim Baumschnitt in der Höhe, da du dich mit der anderen Hand festhalten und für einen stabileren Stand sorgen kannst. Der Bügel ist bei Bedarf werkzeuglos abnehmbar. Insgesamt bietet die Akku-Astsäge PGS 418 ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Du erhältst ein leistungsstarkes und benutzerfreundliches Gerät, das durch seine Qualität und durchdachten Funktionen besticht. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an.